So, das hier ist der Käse. Willkommen bei Folge 7 im Hardcore-Modus. Schon sechs Folgen überlebt. Unfassbar, damit habe ich nach Folge 2, 3 jetzt gar nicht mehr so sehr gerechnet. Mal gucken. Ich bin mir sicher, heute werde ich sterben. Ganz bestimmt. Heute passiert es. Also je nachdem, was da hinten noch so ist, muss man mal gucken. Was köchle ich denn hier gerade so durch? Gold! Das ist natürlich der Hammer. Gebe mir das Gold. So, muss ich mal ganz... Achso, kann ich eigentlich schlafen? Ah, cool. Oder im Endeffekt doch egal, weil... Naja. Eine Runde geschlafen. Schade nicht. So, gib mir das Bett, gib mir den Tisch. Den Püratig kann ich mal rausnehmen. Ich nehme das Ding einfach mit, oder? Was soll's? Allzu viel Inventarplatz brauche ich ja nicht. Zwei Knochen habe ich auch schon. Super! Okay. So, dann lass mal gucken. Ah, da hinten geht's weiter. Okay, richtig. Von da bin ich gekommen. Und da geht's weiter. Sehr gut. Gut. So, dann... Das ist ja mild unangenehm hier in diesem... Nein. War's er da? Lass mich doch mal hier so bitte durch. Das wäre ganz praktisch. So. So, mal schauen, ob's da hinten weitergeht. Ich wollte eigentlich gerade was erzählen. Was wollte ich denn sagen? Warte mal. Mal ganz geschwind nachdenken, was das wohl war. Was das wohl gewesen sein könnte? Achso, genau. Ich hatte auch irgendwie die letzte Folge oder die vorletzte Folge. Also erstens, ich darf nicht mehr fluchen. Und bitte lass jetzt hier nicht zu Ende sein. Das wäre jetzt aber auch wirklich zu schade. Licht! Was hier? Was? Ernsthaft? Das soll es jetzt hier gewesen sein? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht sein. Ich buddel hier immer so. Nur mal so gucken. Was habe ich gesagt? Achso, genau. Letzte Folge? Oder vorletzte? Ich irgendwie erwähnt hatte, dass Folge 2 irgendwie für die meisten Werbetreibenden nicht zur Monetisierung geeignet ist und so. Das ist eine komische Sache, weil jetzt ist es nämlich wieder geeignet. Bei YouTube hast du immer so ein Icon halt mit so einem Dollar-Symbol. Das geht dann auf gelb, wenn es nicht geeignet ist. Jetzt ist es wieder grün. Dafür ist Folge 6 nicht mehr geeignet. Die habe ich irgendwie heute Mittag hochgeladen. Jetzt sagt mir YouTube, ist nicht geeignet. Naja, jedenfalls habe ich gerade in Folge 6 reingeschaut. Und naja, was soll ich da sagen? Ich fluche da halt schon ganz schön viel rum irgendwie. Man könnte es fast so, weißt du, so, wenn er flucht, trinkst du einen Schnaps. Also, könntest du machen, ne? Dann bist du relativ schnell voll, würde ich mal sagen, weil ich tatsächlich relativ rumfluche irgendwie. Ich sage ganz schön oft das S-Wort und das K-Wort und das F-Wort und all das. Komm schon, lass doch hier mal noch irgendwas sein. Bitte, komm. Höhle. Jetzt wollte ich schon sagen, gell? Verflixt und zugenäht. Das wird ja wohl erlaubt sein, oder? So ein, ich weiß nicht, ich darf mal ein Mist sagen. Ich weiß nicht, ob Mist für Werbetreibende geeignet ist. Ich hoffe es einfach mal, dass Mist geeignet ist. So, ach, verflixt. Jetzt muss ich halt hier wieder raus, ne? Das ist jetzt auch wiederum blöde. Und jetzt brauche ich eine neue Schlucht. Oh nein, neue Schlucht, neue Gefahr, neues Pech. Ähm, hallo? Ein Skelett-Lerry. Ah, wie unangenehm. Wie komme ich jetzt an dem Tier am dümmsten? Ach, du. Du netter Skelett-Mann, du. Lass mich doch. What? Hilfe. Was? Wo bist du? Ja, komm doch mal bitte ran. Ab in die Lava. Geh doch in die Lava. Ja, tschüss, danke. Oh, schnell, Kartoffel. Alter. Aber ganz schnell. Junge. Oh nein. Nein, nein, nein. Äh, äh. Nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Hahaha. Ich will es gar nicht ausprobieren, wenn der jetzt. Nein. Lass mich, nein. Nicht explodieren. Komm schon. Boah. Alter. Sogar durch die Mauer durch. Nach der noch drei Herzen Damage. Diese Edam-Creeper sind echt eine Gefahr. Gefahr für die Gesundheit. Gefahr für das Leben. Jetzt muss ich hier wieder. Muss ich hier raus. So ein Mist. Oh Gott, ich werde sterben. Äh, lass mich hier. Äh. Okay. Okay, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ist noch Tag? Hoffentlich ist noch Tag. Komm ich hier raus? Komm ich hier raus? Was ist hier? Hab ich irgendwo? Ach Mist, hier ist. Oh nein, Dead End. Ähm. Ähm. Wasser. Na, sehr gut. Lass mich da hoch. Oh Gott. Wann ist da keiner? Ein Creeper, der direkt auf mich zutreibt oder so. Das wäre jetzt praktisch. Ah, Skedettmann. Ah. Nein. Ah, Pisser. Äh, ich hab's gesagt. Verdammt. Äh, verflixt. Äh, so ein Ärger. Äh, Mist. Sterb, 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 sterb doch, sterb doch, endlich. Boah, Alter, wie soll ich denn hier nicht fluchen? Wie soll ich denn hier... Oh, leck mich. Ich kann dieses Let's Play nicht ohne fluchen. Ich glaub, es geht nicht. Oh mein Gott. Ah, da hinten ist schon der Nächste. Was bist du für einer? Zombie, glaub ich, oder? Ich glaub, es war ein Zombie. Äh. Oh, meine Güte. Also größere Höhlen sind... Das ist ja... Das ist ja die Hölle. Die Hölle ist das. Oh mein Gott. Äh. Ah, ah, wo? Zwei Cent weniger pro Video. Ah. Wo ist er? Ah. Essen. Oh, diese Kartoffeln sind echt... Schlechtes Essen. Okay, ich muss mal ganz kurz hier stehen bleiben und... Mann, da kriegst du ja dauernd Hunger. Diese Kartoffeln sind also miserabel geradezu. Billige Importkartoffeln. Keine gute deutsche Kartoffeln. Keine hessische Grummbere. Nein. Wahrscheinlich sind es französische Kartoffeln. Die können gar nichts. Okay, schon mal keine Werbung aus Frankreich. Bei Frankreich bin ich abgestorben, wollte ich schon sagen. Bin ich was, was, was? Wer schießt, wo? Schießt hier jemand? Irgendwas ist hier, oder? Oh, 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 oh. Alter. 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 Ich brauche irgendwas Besseres zu essen. Habe ich nicht eigentlich noch Fleisch irgendwie? Da, ich habe noch Fleisch. Gold weg. Fleisch her. Wer hat hier geschossen? Ich weiß nicht. Okay. Gut, also. Good News. Die Höhle oder die Schlucht. Schluchtenhöhle ist doch noch nicht vorbei. Mann. Oh Mann, es kürzt irgendwo. Ich weiß nicht, wie man Panik kriegt. Ernsthaft? Das ist nur Minecraft-Käse. Komm schon. Mach dir nicht jetzt Hemd als Weichei. Das sieht gut aus hier. Hier bleibe ich. Wahrscheinlich bin ich da von unten hochgekommen. Kann das? Nähe. Nee. Interessant. Aber ich will da jetzt nicht runter. Ich will lieber mal da hinten entlang gucken, glaube ich. Schwert. Habe ich eigentlich... Ist hier jemand? Nein. Ja, okay. Ersatzschwert ist da. Und parat. Was ist denn hier so? Das sieht... Das sieht unangenehm aus. Verwinkel. Ah! Da ist schon jemand. Guten Tag. Was mache ich denn jetzt mit dem? Kann ich den vielleicht einfach zubauen? Nein. Mist. So ein Lava-Eimer wäre jetzt praktisch. Das wäre jetzt wirklich praktisch. Mann, wäre das praktisch jetzt. Mist. Doch, Mist darf man sagen, oder? Mist ist okay. Also wenn Mist nicht okay ist, dann weiß ich auch nicht. Come on! Ich will dich einbauen. Elender. Skelettleri. Vielleicht kann ich dich einfach umschiffen, hä? Alles cool, alles cool. Alles cool hier? Ja. Okay. So. Da ist jetzt... Hier ist jetzt so... Okay, also lass mal hier gucken. Lass mal gucken. Das Dumme ist, es ist alles viel zu hoch hier, glaube ich. Weißt du? Das ist, was ich meine. Das ist alles viel zu hoch. Hier finde ich doch im Leben keinen... keinen halben Diamanten nicht. So, ist der da jetzt irgendwo? Hallo? Ist eigentlich... Hier hinten, da wässert es ganz gut rum. Was? Ja, was ist das denn für ein Sound? Ist das nicht irgendwie so ein Pfeil, der... Ich denke immer, es ist ein Pfeil, aber wahrscheinlich ist gar kein Pfeil. Ähm. Was? Ich nehme erst 10 Minuten auf. Mann. Die Folgen gehen hier nicht rum, ey. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier. Ach, warte mal. Vielleicht kann ich. Das müsste doch jetzt eigentlich hier sein, oder? Kann ich den einfach von hinten... Passt schon. Ist du da irgendwo? Typ? Ist der Typ hier irgendwo? Ist der doch eigentlich... Äh. Was? Ne, der war hier, oder? Der stand hier. Hä? Wo ist er denn hin? Ah. Panik. Ah! Hilfe! Alle Skelett! Hallo? Ach du... Ach, das ist doch... Das ist doch frech. Das ist doch frech. Dafür hau ich dir sowas von auf die Füße, du... Netter Knochenmann. Komm schon. Komm noch ein bisschen ran hier. Komm. Komm. Hallo. Hallo. Komm doch mal her jetzt. Hier. Ja. Komm mal ran. Jetzt wollte ich ihm gar eine Kartoffel geben, weißt du? Komm. Ist hier was? Nein. Komm schon. Komm schon. Komm doch mal her. Ach. Ernsthaft jetzt. Ja. Gut. Okay. Was? Tagslicht? Also Tage ist fast Licht. Ah, der nächste. Sehr gut. Ähm. So. Hallo. Wo? Was? Ja gut. Wegen mir halt auch so. Wenn du es unbedingt so haben willst. Komm her. Stirb. Danke. Yay. Hast du new recipes unlocked? Ernsthaft? Wofür denn das? Was habe ich jetzt mehr? Knochen? Nee. Fünf Pfeile? Her? Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Muss ich glaube ich auch nicht. Gut. Also dich wieder weg. Ich muss langsam mal. Wo? Was? Wo bin ich denn jetzt hier? Nein. Hä? Huch. Also hier war ich ja auch noch nicht. So wie es aussieht. Ach. Gute Wahlkäse. Diese Höhle. Diese Schlucht. Eine gute Wahl. Doch. Sehr verwinkelnd. Fürchterlich. Viele Tode sterben. Irgendwo da unten müsste doch eigentlich. Also ich war bestimmt. Ah ja. Das sind verstanden. Doch, doch. Sind irgendwo auf einer oberen Ebene. Ah. Jetzt kommt auch noch die Nacht. Ah. Ah. Eisen. Brauche ich eigentlich nicht. Aufs Eisen kann ich. Du weißt schon. Das S-Wort. Das ich jetzt nicht sage. Aber wie unangenehm das ist. Ich fühle mich irgendwie gerade so nackt. Wenn ich nicht rumfluchen darf. Aber vielleicht soll ich tatsächlich etwas weniger fluchen. Oder was sagst du? Fluche ich zu viel? Ich weiß manchmal wirklich nicht. Hä? Was? Oh. Dieses Plöpp. Macht mich völlig irre. Ähm. Fackel. Ich muss bald mal neue Fackeln machen. Ah. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Gar nicht gut. Okay. Warte mal. Ich mache mal hier. Das sieht dicht. Weißt du. Oder? Zumindest mal. Mache ich es mir hier heimelig. Oder? Ich glaube ich mache hier mal so eine temporäre Basis. Eine weitere. Dann gehe ich nochmal kurz um die Ecke gucken. Ähm. Da so. Mal kurz gucken. Okay. Oh mein Gott. Da geht es wieder runter. Das freut mich nur mäßig. Was ist denn das für eine komische Schlucht? Das überall mit komischen Abbrüchen und Abgängen und so. Ich will schöne schlauchige Gänge. Weißt du? Nix Open World und so. Ich will so Schlauchlevels haben, wo ich mich so gemütlich durcharbeiten kann. Oh Gott. Was sagt die Uhr? Kann ich mich über die Zeit retten? Oh mein Gott. Eigentlich kaum, oder? Kein Abbrüchen. Nein. Was? Nein. Aussteigen. Halt. Bin ich eigentlich wahnsinnig? Bin ich da völlig? Ja. Völlig wahnsinnig? Oder? Irgendwie. Schon. Okay. Was glaube ich? Ich mache mal geschwind ein paar Fackeln. Habe ich eigentlich meine Holzvorräte? Okay. Das geht schon noch. So. Machen wir ein paar Fackeln. Fleischmann ist ein bisschen da. Hühnchen habe ich auch noch. Diese delikaten französischen Karte. Was ist denn hier los eigentlich? Wieso strampel ich denn nachts? Habe ich Restless Legs oder was? Habe ich geschlafen? Oder nicht? Wahrscheinlich schon. Ist hier jemand? Nein? Okay. Ah. Siss, siss, siss. Siss, siss, siss. Also. Ja. Muss ich halt hier weiter jetzt. Dann geht es halt jetzt hier irgendwo irgendwie weiter. Vielleicht baue ich mich da mal so drüber. Kann ich das? Na. Ich will nicht sch... Ja. Genau. Danke. Fleder. Flederland. Und hier? Sackgasse oder was? Plopp? Was ist denn das? Ich höre damals so ein... Ist das der Fleder oder was? Was da so rumploppt? Das macht mich völlig fertig. Ich denke immer, dass ein Skelett das schießt. Aber ist wahrscheinlich gar nicht so. So. Hallo? Ja. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Stirb. 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 Du Elende. Ah. Nein. Ich will noch nicht sterben. Ich will ja nicht. Lass mich. Äh. Okay. Äh. 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 Da geht es jedenfalls runter. Runter ist ja... Oh Gott. Ähm. Ha. Penner. Ähm. 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 Du Doofi. Äh. Oh Gott. Okay. Jetzt... Wie kriege ich jetzt... Äh. Äh. Oh. Das ist irgendwie unbefriedigt. Weißt du? Eigentlich will ich mich da so an den Rand stürzen und hier mit zwei Schlägen, mit zwei Gekonten, Hieben, Erlegen, aber... Pff. Vergiss es, ne? Vergiss es. Ich glaube, ich sollte direkt mal so... Ach komm. Ich esse noch eine leckere französische Kartoffel. Und? Nein? Nichts? Wo bist du? Plopp. Hallo. Creeper-Männchen. Kommt der nächste von da hinten. Komm schon. Komm doch mal ran hier. Mano. Das ist so lame irgendwie, oder? Das ist schon irgendwie lame. Aber was sollst du auch sonst... Komm. Komm doch mal her, bitte. Komm, Kollege. Was soll ich denn sonst tun? Ich brauche halt einen Bogen. Einen Bogen wäre echt cool. Hab ich irgendwie... Ne, ich habe keine Strings. Mist. Hallo. Da muss ich jetzt hier noch ein bisschen rumbuddeln. Hoffen, dass er mich nicht entdeckt. Hallo. Wo ist er? Noch eins weiter. Sag mal. Ja, du da. Hallo. Hallo. Du siehst mich doch. Ach so, warte. Wenn er jetzt rankommt, dann... Hallo. Hallo. Was ist denn los mit dem? Doofi. Hallo. Hier. Kartaffel. Komm schon. Kommt hier der nächste? Nein. Was mache ich denn jetzt mit dem? Ah, Mann. Oh, Gott. Tut mir leid. Hier so... Ja, genau. Ja, nein. Ja, egal. Ist okay. So, okay. Wieder ein Creeper überlebt. Sehr gut. Immerhin. So. Wie geht es hier weiter? Hoffentlich nicht mit Creepern. Sonst logge ich aus direkt. Will das jetzt bitte hier auch nicht Schluss sein? Komm, ich will weiter runter. Komm schon. Ach, come on. Come on. Naja. Ich glaube, vielleicht gehe ich hier... Das sieht doch aus wie ein Fenster, oder? Da ist manchmal ja auch was dahinter. Komm, ich gehe mal gucken. Aber vielleicht... Wenn ich so auf die Uhr gucke, dann mache ich das gegebenenfalls nächste Folge. Folge 7. Auch überlebt. Ja, ja. War wieder ein bisschen knapper. Diamanten. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich jemals Diamanten finden werde. Jedenfalls bin ich schon Level 16. Gar nicht so schlecht, ne? Guck mal. Gut. Also, wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch. Und... Ciao. Im Fall bis nächste Folge, ne? Bis denn dann. Ciao.